Geil, mit C kann man eine Rolle machen. So eine total stylische. Zerstören sie die Bleed-VS? Was sind denn das? Was sind das jetzt schon wieder? Anscheinend ein paar andere VSs. Oh, fuck! Da kamen gerade 5 oder 6 VS raus. Alter Schwede, ekelhaft. Oh, Mann, ey. Als erstes erledige ich jetzt die Geschütztürme. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ich bin auch schon einmal gestorben. Ihr Bruder, was? Oh, das ist so scheiße dunkel. Ich sehe gar nichts. Echt, ich sehe voll gut was. Okay, ich habe auch eine hohe Helligkeit eingestellt bei mir. Ja, ich habe bei mir extra die Standard-Hell-Dunkel-Height-Eigen-Dingspunkt gelassen, weil es sah eigentlich cool aus. Hm. Also bis jetzt konnte ich mich nicht beschweren, aber im Moment sicher wie gar nichts. Bam, mit dem Raketenwerfer im Sprung ein VS zerstört. Das hat auch Stil. Och, Mann. Klappt natürlich nicht. Zweimal. Joa. Die Explosion schleudert mich praktisch zurück zum Start und killt mich fast. Gib mir die T-Energie, ich will die T-Energie, ich will die T-Energie, ich will die T-Energie. Uh. Ja, nein. Oh, sie ist direkt vor mir verschwunden, so eine Scheiße. Weißt du, was ich gefunden habe? Ein Hebrator? Nein, leider nicht. Ein Schwarz. Oh, ja. Alles klar. Was? Wir haben das Äußere geschafft, jetzt geht's rein in die Basis. Schön, ein Schwarz. Aha. So, scheiß auf das VS-Sturmgewehr. Bam. Bam. Oh, cool. Was ist? Cool? VS-Gatling-Gun mit, keine Ahnung, ganz viel. Geilo. Und ein VS. Schick. Ich kann ja schon mal nachdenken. Oh, da ist so ein geiler VS-Sturmgewehr. Den will ich haben. Ja, den hab ich gerade genommen. Nee, der ist irgendwie noch deaktiviert. Ich hab hier einen ultrageilen, wie ich merke. Ja, genau so einer. Den hol ich mir jetzt auch. Den hol ich mir jetzt auch. Ich aktiviere mal die Datenstab, so. Nee, du glaubst mir meinen VS. Hab ich nicht vor. Ja, ja, ja. Ich hab ja denselben. Gleich. Alter, da klingelt's hier schon wieder. Wer wagt es, mich zu stören? Juhu. Ja, Boss. Ich glaub, mit V kann's mit dem Ding sogar gleiten. Da ist ein Heli. Ach, den würdest du mich kaputt machen? Ja, glaub ich schon. Zumindest feuert der auf mich. Ein Osprey abgeschossen. Über dir. Ach nee, ist ein Verbündeter. Okay. Oder nicht? Nee, das ist doch kein Verbündeter gewesen. Alter, diesen DS, den wir jetzt haben, ne? Den fand ich im ersten Teil so geil, ne? Ach, wir müssten schon Assault, äh, so ne, so ne, Angus-Ding-Bombs überleben. Ja. Haben wir noch ruhig die Jagd? Oh, hier sind ganz dicke V-Asses. Wie wir. Geil. Oh, er ist tot. Oh, ist auch der Schnappe. So. Wieder ordentlich Muni. Kann der nicht auf beiden Seiten irgendwie ne Waffe haben? Hast du auf beiden Seiten ne Waffe mit dem Denk? Ja, musst du anmontieren. Stehen, äh, liegen hier überall. Sehr schön. Ach, das ist richtig gut. Ach, wenn wir die Helikopter nicht kaputt machen, setzen die V-Asses. Ihh, wie frech. Aber die Helikopter gehen richtig schnell hoch. Oh, da kann er sich jetzt mal hier entscheiden, so. Oh, geil, voll einfach irgendwie. Ja, war echt. Lutschig. Jawoll. Und Mission abgeschlossen. Hoffentlich können wir in diesem V-Asses weiterhin bleiben. Ne, glaube ich nicht. Bezweifle ich leider auch. Weißt du genau... Ah, scheiße. 17 Punkte hier. Ach, leck mich doch. Danke. Ganz ehrlich, genau den V-Asses fand ich im ersten Teil am geilsten. Diesen V-Asses? Oder V-Asses? Ja, genau den, den wir eben hatten. Nur im ersten Teil konnte es damit noch so geil über den Boden gleiten und so. Könntest du auch, wenn du Sprinten rückst. Oh. Macht er seine... Hat bei mir aber nicht geklappt. Hab ich gedrückt. Das ist irgendwie geklappt. Ha! Wie geil ist das denn, sind noch drin. Oh, hier passt keine Musik mehr. Ne, also wenn ich Sprinten drück, passiert gar nix. Ich kann auch sein, dass ich Berg runtergerutscht bin. Ich probier das mal. Alter, müssen wir jetzt gegen das Ding ran? Äh, ne. Wie schalten sie das Kraftfeld aus? Richtig so nach Ginkhaus, oder? Alter, der hat diese Zielabfassungslaser. Die gab es auch schon im ersten Teil. Ups, scheiße. Ich bin abgesunken. Scheiße. Wie der Einzelsprung wählt. Irgendwas? Oh, kacke. Ist mein DS verloren. Ja, das ist kacke. Kisslisch. Ganz ehrlich, ich halte einfach mal Fett auf dem Bein drauf und guck mal, ob das abfällt. Sieht nämlich danach aus. Zack, ein Bein ab. Ne, doch nicht. Öh, der hat ja nicht viel geschluckt. Seine Rüstung ist ab, am Bein. Das Ding ist besiegt. Das Ding ist besiegt. Was? Du kannst mich nicht zufällig ein bisschen reparieren gerade? Ich bin gerade voll, ist aber kein Schreck. Ach so. Ja, okay, dann lass. Ich dachte, du hast keinen mehr. Nö, der lag hier also. Der ist ein Schild? Schneis. Nee. Nö, ich muss jetzt sowieso hier raus, dann kann ich ihn auch gleich reparieren. Releasing Pirate. Fickern, Pirate? Eile Pirate. Geil. Was ist eigentlich eine Dummy-Granate? Dummy-Granate, die letzten Ziel erscheinen irgendwie, worauf dann die Gegner schießen. Ich finde die ziemlich sinnfrei. Ja, also da habe ich doch wirklich gedacht. Ich musste immer an so Dummy-Granate denken, die den Feuer auf sich ziehen, aber ich habe ihn noch nie geworfen, weil... Ja. ...sie gefunden. So, jetzt müssen wir da rüber. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Ach, scheiße. Jetzt bin ich eine Granate drauf. Voll stürmisch gerade. Ich glaube, wie dein Feuer ist. Was? Fröchholt. Ich habe so eine Bunker-Ramme und Granaten. Ich bin richtig gut ausgerufen. Aber hier ist so ein Tachfeld, da kann man bestimmt noch durch. Ja, ich deaktiviere das gerade. So. Da ist es deaktiviert, mach ich. Und ich bin durch. Oh, noch mehr Akkreden-Wachen. Oh, yeah. Bunker-Ramme. Ich bin voll scheiße. Jupp, finde ich auch. Alleine haben jetzt die Akkreden hier WS. Ich weiß es nicht. Also, das, was wir da eben hatten, das waren die keine Akkreden. Das waren die BS-Plexis. Ja. Oh, ich nehme mal den Amager. Das ist echt ein bisschen besser. Alter, Frechheit hier. Willst du aufmucken oder was? Ja. Kriegst eine Extra-Ladung. Ins Gesicht. Oh, ja. Oh, cool. Das Ding hat es gemeint, wie du. Ähm, bist du gerade im WS? Ja. Hä? So, aufsteige-Ding. Okay, dann aktiviere ich hier kurz die Stattung. Das ist voll so ein rassistisches Ding. Das sagt immer ein Releasing Pirate. Ich bin aber kein Webber. Ich, äh, ich glaube eher, das heißt Releasing Pilot. Also Pilot. Mocht mich nicht. Ach, komm, ein bisschen. Alter, ich weiß nicht. Bei Raketenwerfer spackt meine Maus irgendwie immer voll rum. Äh, mal ehrlich. Da ist irgendwie ein... Wie er ist im Wasser. Ein Feind. Ist voll verwirrend. Doch, das sind Akkrien gegen die wir kämpfen. Ja, ne? So, fertig. Krateriert. Nichts wie rein da und... Alter, nice. Was ist das hier denn? Alter, der nervt voll mit seinen scheiß Zielerfassungslaser. Du, dein Gegner. Alter Schwede. Die Waffe ist voll heftig irgendwie, die ich gerade habe. Ich glaube, ich habe gerade einen Panzer gefunden. Der WS, den ich gerade habe, der feuert acht, sechzehn Raketen auf einmal ab. Cool. Ich habe gerade ein Panzer gefunden. Cool. Ich fahre mal so ein bisschen. Immer feste drauf. Den zu lenken ist ja echt trausam. So, das war es dann auch schon damit. Alter, ein Treffer von dem scheiß Gegner und Lebensenergie ist fast weg. Ähm, ja. Einsteigen wäre ganz nett. So, jetzt gibt es auch das Maul. Für dich oder ihn? Wow. Für ihn hoffe ich. Alter, was geht ab bei dem? Die Gasstation hier ist gar nicht akzeptiert. Ich kenne es jetzt. Nein! 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 Oh! Du bist mit ihm ins Wasser gefallen, ne? Ja, aber noch bin ich nicht erledigt. Schade. Nur ein bisschen verlieben. Nur da stehe ich raus da. Scheiße, und schon bin ich tot. Verfickt nochmal. Und da liegt mein schöner Rack.